so nachdem ich mein spiel beendet hat geht es jetzt weiter aber irgendwie ich habe hierfür hierfür irgendwie ein erfolg bekommen wie heißt denn der second assault trecksarbeit genau du musst einfach unter uns kanal system unter d und nach ganz hinten laufen wenn du bist schon denkst du auf dem weg zu mir hier das ist schön das ist nicht ganz so vorteilhaft dicke mgs so richtig tief bis zum anschlag oder was das magazin passt da leider nie mit rein deswegen müssen sie es immer bis zum magazin reinstecken das sind auch schon stolze 60 zentimeter die du da rein kriegst so groß arschlauch muss man auch erst mal haben denkst du das zu wenig oder zu viel oder warum lachst du das kann sogar nega nicht von sich behaupten ne das ist wahr mit seiner fleischpeitsche ein kampf mit seinem fleischgewehr aber jeder gibt halt was er kann weil die zwei bettchen die auch in afrika die jetzt hier spürt man schwarz und die haben als nachkampf die ihre fleischpeitsche das wäre für saens 2.5 was auf jeden fall oh ne ich freue mich schon auf saens 2.5 ehrlich gesagt ja der vierte Teil war echt geil muss man sagen komm mir bei CE nicht weg alter das ist echt zum kotzen wow Junge mach doch sowas nicht ich ich hatte doch so ein langes leben vor mir ganze vier jahre naja ich muss doch noch ein schulabschluss machen bevor ich sterbe wow da hab ich bei nachgestimmt und den schulabschluss brauche ich auch nicht mehr leben äh da brauche ich auch nicht mehr sterben ne nimm mal A ein ja nix mehr alles kaputt alles kaputt nach der Wende ja ach du nimmst A ein na lass doch sowas sein ich komm jetzt mit meinem mit meinem Panzer mobile komm ich jetzt angerollt ist doch jemand weil ich kann es nicht einnehmen ja da ist ein äh äh ein Bucky bei dir der fährt aber grad weg und ein Bende kicken ja der hat mich oh der hat mich mit einer Granate getötet ja Chi Chi gewonnen juhu na geht auch ich werde mal mit ihm in einem Team spielen ey so ne scheiße hier das stinkt doch der wird nach Maggi ja oh so richtig der wird Maggi mach das Würstchen Maggi macht das Würstchen ähm 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 oh ich hab ganze 2 Levers mit nem Panzer und mit der mobilen Flugabwehr deutscher Computerspielpreis 2014 denominierten in der Übersicht ja sag mal an ähm ähm bestes deutsches Spiel Crysis 3 China Sisters The Inner World ich wollte Crysis 3 tippen bestes Kinderspiel China Sisters Ma... 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 The Night of the Web kenn ich alle nicht bestes Jugendspiel Eat Buddy Clark Das schwarze Auge Memoria Clark Bestes Series Game Bestes Nachwuchs Gibt's da auch AAA Titel irgendwie? Na nur deutsche Spiele sind ja Na ja Crysis 3 ist ja auch ein AAA Titel Ja ist ja auch ein deutsches Spiel Na ich weiß aus Frankfurt Crytek Ja aber so andere deutsche große hinter äh außer Crytek haben wir keine großen Ist ein bisschen schade finde ich ähm Deutschland ist ja eigentlich ein industrielles und begabtes Land warum dann nur ein richtig gutes für BA Studio da haben Na ja The Dalek ist noch geil The Dalek Die alles interessiert dich ja nicht die machen Point & Click Adventures Sowas wie League of Legends nur halt als Adventure Nein Point & Click Adventures sind sowas wie Deponia und äh Monkey Island Das Point & Click musst du mir erklären Ja Dass du nur mit der Maus steuerst oder was ohne Tastatur Klick dir mal einfach wie du kommst Point & Click Adventure Mikrofon Und we will sie nicht in einen Team betze Dann packe ich eine E-Mail zusammen und in die RA kacke ich rein und das schicke ich denen dann in die RA nenne ich dann kacke Punkt RA Sachsen wissen wer der Babo ist Und Thüringer wissen wer die Bratwurst hat Und wer ist bei euch Meg Pommes so? Was denn? Na die Sachsen wissen wer der Babo ist Die Thüringer wissen wer die Bratwurst hat Und was bei euch Meg Pommes Äh weiß ich nicht Die Semmelknödel? Keine Ahnung Semmelknödel So wo sind wir dein Team? Ja Mal deinen Spot Huuuiiii Oh rucke 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 Ihr habt jetzt noch ein Video über deinen geschickt ne? Ja ich hab schon gehört Was ist ein Pern und den Kicker da entschann? Huuuiiii So ein Spiel mag ich ja Ich nehme jetzt erstmal ganz in Ruhe diesen Punkt hier ein C Hier war ich hier Hier war ich aber auch noch nie Oh nein ich komm da hinten hin Mein Moped Oh und ein Panzerwagen Hallo Hallo Oh ich hab das Haus noch mehr kaputt gemacht Hallo Hallo Guten Tag Warum ist denn Ihr Panzer so weiß? Bitte steigen Sie einmal aus Äh Allgemeine Fahrzeugkontrolle Ich mag die Tarnung von Mev und Koks Tag Äh Hier Komm mal raus hier Mein Freund Nein Nein Allgemeine Fahrzeugkontrolle Bitte aussteigen daher Und die Nummer unter meinem Sonder Husten Sie mal hier rein Denken Sie den stehen unter Alkoholeinfluss? Äh Alkohol? Kenn ich nicht Was ist das? Ist das was zu essen? Nein zu trinken Ähä Schmeckt das? Nein Nicht Schmeckt Also ungefähr wie Mev Man willst nur wegen der Wirkung Guck mal man kann die Dinger hier so kaputt schießen Boah ist das nicht geil? Oh ich habe meinen kaputt gemacht Ist das nicht geil? Guck mal Wie Lego Wie Lego Wie Minecraft Das ist ja voll Minecraft die Junge Mein Kraft Dein Kraft Unser Kraft Meine Kraft Meine Kraft In meinem Schwanz Mhhh Mhhh Wir machen ein bisschen Gas Und wir sind über den Fußspuren Ach kein Pferdenleser Hier sind irgendwo Gegner Ja Pfadfinder Da ein Gegner Ach war nur ein Haus Gegner Ist denn hier wirklich einer? Du hast nicht auf das Haus Guck mal Oh der Gegner Alles kaputt hier Alles kaputt schlagen Also Hast du Hunger? Ja hab ich Und dein Sponsor nimmst Nein Machst du mir bitte was zu essen Du kriegst mir nicht auf den Sack Nein Kannst du gar nicht Kartoffelsalat Bei Wiener Kartoffelsalat und Sandwiches Hätte ich gern oder? Nudeln Nudelsalat Nein Sandwich und Nudelsalat passt nicht Na gut Dann machst du mir halt hier Wiener Würstchen und Dingenssalat Was bist du hier für ein Hemd? Was will ich morgen anziehen? Ich nehm grad auf Mutti Ich nehm grad auf Ich durche auch nicht bei deiner Arbeit Boah geht die mir auf die Nerven Junge, Junge, Junge Ja, macht neustich auch Ey du bist tot hab ich auch nicht gesagt Ich leb ja noch Achso, okay dann spawn ich mal bei dir Der Typ will, dass wir dieses Einsatz hier verteidigen Der Links irgendwo sind welche bei den Zelten Der Links irgendwo sind welche bei den Zelten Der Links irgendwo sind welche bei den Zelten Boah! Oben er denn Beobachtungssturm Bauben Bauben im Himmel Irgendwo Irgendwo Ja Checkpoint Charlie Hab ihn Ach, wo bin ich denn hier gespawnt? Ich will Spaß Ich will Spaß Ich geb Gas Ich geb Gas Gas ist rechts Was? Ja, im Auto ist doch rechts das Gas Achso Weiss ich nicht Ja, hast du rechts Ich bin noch nie Gas gefahren 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 Nee, hatte doch keine Erfahrung mit Gas Ich bin noch nie Gas gefahren Ja, dann ne Ich war so letzte Woche eine voll krass drauf Und so Und bin voll Gas gefahren Und so Mit voll voll Gras gefahren Junge Junge Ich bin voll auf Gras gefahren Ja, das sowieso Ich bin mit Gras gefahren Mit Gras wie mir Ich bin gar nicht mehr drinne Ohne kann ich gar nicht Ja Da fahre ich nur Schlängelinien ohne Ja Weißt du worauf ich auch mal wieder Bock hab? Die größte Map aus Battlefield 3 hier Wie heißt die äh Diese riesengroße Wüsten Map Ach hier Banda Wüste wie heißt Genau Die ist auch Hammer Ja Oh Gahandala Oh Gahandala Gahandala Oh Gahandala Oh Gahandala Hackfly Schreckbraten twelve Hacknach Schreckbraten Ja eklig Wer ist denn sowas Keine Ahnung So Wir haben mal ganz kurz ein paar Minuten weg Vielleicht wäre er da Ah ja Neeeeen Hui Loll Wo sind meine guten Manieren? Im Arsch Hui Karton Karton So ein Ich weiß jetzt auch nicht was ich dazu sagen soll Das ist ein kleiner Penner So klein wie seine Nudel Der macht Randale Oh Oh Loll Das ist ja ein Gegner Junge Ich hack mir doch nicht so in den Schrecken rein Ich kann nicht mal fahren Bam Niemand kriegt mein iPhone Messer in mein Kopf Ich drehe aus wie das letzte Einhorn Ich brauch mich vorm Jenseits nicht einzukacken Das einzige was nach meinem Tod passiert ist Lass die Nägel weiter wachsen